In all of human history has been the same, it's a history of violence, a history of conflict. Does it make sense to you, that any human being should ever hurt another human being? So the circle way is a way to try to get back. Der Weg des Kreises steht für eine Lebensart in tiefer Verbundenheit und für neue Methoden des menschlichen Miteinanders. What's the most important thing to change is for us to reconnect, to reconnect with the Earth and all of life, all the plants and the animals through. We are related to everything. Da gibt es so eine Übung, wo man sich halt ein paar Minuten halt mit einem Partner, den man kennt oder nicht, halt in die Augen schaut. Und halt nur schaut und nichts, nichts sagt. Persönlich erfahrbar ist dies in verschiedenen Camps und Gemeinschaften, die wir dokumentieren werden. Wir sind eigentlich gar nicht mehr, ich könnte mir vorstellen, dass wir uns das machen. Der Wunsch der Nächstenliebe ist jetzt ja kein neuer, der ist nur alter. Dieses persönliche Erleben ist natürlich irgendwo begrenzt, auch alle haben schon durch das Alter der beiden. Irgendwann wird das nicht mehr gehen. Und dann ist die Frage, was bleibt. Oder es ist eine Kraft von innen, die einfach da ist. Die uns alle verbindet, die wir alle in uns tragen. Dieses etwas, was wirklich jetzt an der Reihe ist, verändert zu werden. Gemeinsam bilden wir einen riesigen Kreis und realisieren einen einzigartigen Dokumentarfilm, der für einen achtsamen Umgang zwischen den Menschen steht. Und das Beste, mit deiner Hilfe können wir die einfachen Methoden aufzeichnen, die bereits in verschiedenen Formen gelebt werden und ermöglichen damit die Weitergabe und Anwendung dieses Wissens. Es sind einfach zwei liebevolle Menschen, wo man sich sofort aufgehoben und verstanden fühlt. Es ist einfach jemand, bei dem man genau spürt, dass er das, was er sagt, auch lebt. Und was ich mir wirklich erhoffe, ist, das Zusammensein mit den Kindern wirklich besser zu lernen. Und nicht nur ich irgendwelche bescheuerten Regeln versuche durchzusetzen. Ich glaube, wenn alle Leute von dem, was hier läuft, überzeugt sind, muss es viel anders werden. Die Frage, ob man die Welt verändern kann, natürlich verändert man die Welt. Es wird auf jeden Fall helfen. Wie weit das geht, hängt von euch an. Und vergiss eines niemals, es gibt immer einen Weg, für jeden von uns. Die spezielle Wirkung des Kreises liegt im Reden und Zuhören von Mensch zu Mensch, in der Achtsamkeit und in der Intensität der wahrgenommenen Gefühle. Dies wird die Dokumentation über verschiedene Gemeinschaften, welche die Kraft des Kreises bereits erfolgreich nutzen. Wenn ihr euch also angesprochen fühlt, helft mit, diese Idee zu verbreiten und so viele Leute wie möglich auf unser Crowdfunding aufmerksam zu machen. Hallo, ich bin Paul. Ich bin für die Kamera und das Licht zuständig. Hallo, ich bin Mia. Ich mache den Schnitt und die Aufnahmeleitung. Hey, ich bin der Martin. Ich bin der Grafiker und der Zweigarbeiter. Hallo, ich bin Dave und zuständig für die Musik und den Ton. Gemeinsam bilden wir einen riesigen Kreis und realisieren einen einzigartigen Dokumentarfilm, der für einen achtsamen Umgang zwischen den Menschen steht. Es ist möglich, diese Idee zu verbreiten und das Projekt finanziell zu unterstützen. Und das ist möglich, diese Idee zu verbreiten und das Projekt finanziell zu verbreiten.